Musik 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 Ja, erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass heute ein Abelio-Zuch in Berlin ist. Das ist natürlich heute noch ein symbolisches Zeichen, aber sicherlich der Auftakt zum Meer. Wir wollen in ganz Deutschland wachsen. Wir sind zurzeit in Nordrhein-Westfalen sehr aktiv. Wir bauen gerade ein Riesennetz in Mitteldeutschland auf und wir bieten weiter an. Also wir sehen uns als deutschlandweites Unternehmen. Wir haben unseren neuen Sitz in Berlin und sehen uns jetzt als Spieler auf dem gesamtdeutschen Markt. Ja, unsere Mitarbeiter, wissen Sie, wir sind Qualitätsführer. Das sehen Sie auf den Rankings der Aufgabenträger unserer Kunden. So, Qualitätsführerschaft können Sie nur mit guten Mitarbeitern erreichen. Das heißt, wir bringen eine Dienstleistung und die geht nur mit guten Mitarbeitern. So, gute und motivierte Mitarbeiter haben Sie nur, wenn Sie vernünftig bezahlen. Abelio hat zusammen mit seinen Mitbewerbern, die Privatbahn, hat einen branchenüblichen Tarifvertrag abgeschlossen mit den Mitarbeitern. Wir haben eine vernünftige Sozialpartnerschaft im Unternehmen. Und wir werden im Übrigen auch durch die Sozialpartner ausgezeichnet für unseren fernen Umgang miteinander. Also ich denke, mit unseren Mitarbeitern haben wir eine vernünftige Beziehung und wollen das auch aufbauen. Wir sind ein Unternehmen, was natürlich sehr für den Wettbewerb eintritt, weil wir glauben, dass die Qualität und Service, so wie es der Fahrgast wirklich verdient, nur durch Wettbewerb erreicht ist. Und die Ausschreibungen, die dazu notwendig sind, die gewinnen mehr und mehr an Fahrt an Deutschland. Und im Zentrum des ganzen Geschehens sollte natürlich das Wohl des Fahrgastes stehen. So, wir als Abelio bemühen uns da sehr, so Themen wie Pünktlichkeit, Sauberkeit, Sicherheit, Fahrgastinformation, überhaupt das allgemeine Gefühl an Bord. Wie gehen wir mit unseren Fahrgästen um, die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter, all das steht für uns im Zentrum unserer Tätigkeit. Mich begeistert an der Bahn, dass sie auf relativ enger Fläche relativ viele Menschen unter umweltmäßig guten Bedingungen von A nach B bekommen.